Halt dich auf! Die Ecke rüber, ach so! Papi, darf ich auch mal? Ja? Ja, Vati? So genug, Markus? Darf ich den auch mal? Ja, hab ich fest verraten! Ja, ganz frei! Ja, du bist ja so viel größer, ne? Ja, du bist ja so viel größer! Nein! Wieselad! Wie soll ich den auch nicht kommen, denn das reicht! So, dann stellen wir die jetzt hier vernunftmässig. Wo stellst du die Brötchen jetzt hin? Da, auf die Fete. Immer drauf. Ja, jetzt ab. Ja, nur weil unsere unwerflichste Brötchen sind. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 Ja? Sch. 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 Musik 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 Ich bitte einen ganz kleinen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Erstmal möchte ich Sie herzlich begrüßen und danke, dass Sie trotz, naja Petrus hat nicht ganz mitgespielt an diesem schlechten Wetter gekommen sind Aber ein ganz großes Lob, dass da hinten unser Posaunenchor trotz diesem Wetter es auch noch geschafft hat, zu uns zu kommen. Unsere Kleinen warten natürlich auf die Spiele, aber es sieht aus, als wird es heller. Und ich hoffe, dass wir dann doch in der nächsten halben Stunde anfangen können, damit ihr endlich zu euren Themen kommt. Jetzt hoffe ich, Sie haben alle viel Hunger, viel Durst und gute Laune mitgebracht und wünsche einen schönen Nachmittagabend. Gott, Gott, Gott! Das ist Kai. Ja. Und du wohnst hier? Ja. Hier gegenüber? Ja. Und hast du schon Würstchen gegessen heute? Hm? Hast du schon Würstchen gegessen? Ähm, eins. Ja, da wird es Zeit, dass du Zweiter bist. Was? Da wird es Zeit, dass du Zweiter bist. Und wenn sie mir einen schenken? Frag deine Mutter. Ja. Ja. Das ist die Matsch, wir haben ja schon Wasser drin. Das ist die Matsch, wir haben ja die Wasser drin. Das ist schwer. Ja. Willst du auch was essen? Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, das ist ein Schiff. Oh, das ist ein Schiff. Oh, das ist ein Schiff. Jetzt kommt der Drittel. Ja, genau. Oh, das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. 9 und 10. 1. So. Kommt ihr mal zu breiten? Kommt ihr mal zu breiten? 3. 3. Ich habe einen Gefallen. 4. Stimmt das, Papa? 4 bis 4, ja? 5? Wir müssen noch Millimeter zurückgehen. 1. Eine Dose. Eine Dose. Moment. Eine Dose. Eine Dose. Hier in der Ecke ist ein Doppel. Eine Dose in der Ecke ist ein Doppel. Wo ist die Doppel? Wo ist die Doppel? Keine Doppel. Ja genau, wo ist die Doppel? Ja genau, wo ist die Doppel? Na ja, er hat sie getroffen. In der Ecke steht sie. Nein, das ist ein Doppel. Das ist ein Doppel. Das ist ein Doppel. Ja, das ist ein Doppel. Jetzt kommt der 2. Boppel. So. 2. Boppel. 2. Boppel. 2. Boppel. 1. Boppel. 9,5,10. Los, wir sind wieder ins Doppel. 9,5,10. 2. Boppel. 3. Boppel. 3. Boppel. 3. Boppel. 3. Boppel. 4. Boppel. 4. Boppel. 4. Boppel. 50. Boppel. 50. Berichte unter dettaes Jahr insulinник. 1. Boppel. 50. Bombe. 1. Boppel. 2. Abenteuer. Ich gehe den Sprintgang rein. Komm, wir gehen mit dem Stern. Das ist toll. Ein, zwei, drei. Brauchst du noch einen zweiten? Nein, nein. Wir gehen wieder. Was? Na, auf. Papi, Papi, Papi. Ich habe alles gefehlt. Foto macht. Foto macht. Foto. Markus, deine, meine Schotze. Foto macht. Merch. Merch. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.